Guten Tag. Ich habe schon ewig lang keinem mehr die Hand gegeben. Ach ja, richtig. Darf man das noch? Ja. Moment, ich brauche mal Desinfektionsmittel. Das vierte G. Nein, das vierte G ist ja gesund. Aha. Was heißt? Es gibt ja getestet, genesen, was ist noch? Geimpft. Ich bin gesund. Aha, okay. Aber nicht geimpft. Ich lasse mich nicht mit Stoffen impfen, die so eine kurze Vorwarnzeit haben. Generell nicht. Ich habe versucht, in meiner Berichterstattung zu Covid darauf aufmerksam zu machen, dass ich große Gefahren für die Demokratie sehe. Weißt du, mich musst du gar nicht einsetzen. Lad doch den Wodak ein. Ich frage aber nach dir. Du musst dich nach mir fragen, ich bin Journalist. Ich würde ja gerne zum ZDF kommen, wenn man mich einlädt. Aber sie trauen sich nicht oder wollen nicht oder dürfen nicht. Ist ja auch ganz egal. Aber es ist vollkommen unwichtig. Weil auch wenn ich, ob ich da jetzt vorkomme oder nicht vorkomme, die Diskussion wird doch eine ganz andere sein. Wie tolerant oder intolerant ist inzwischen Deutschland? Das ist doch die Frage. Da geht es doch gar nicht um Covid. Sondern generell zu Klima, zu Russen, zu Arabern, zu Terror. Wie gehen wir mit Leuten um, die von der Mainstream-Meinung der Medien abweichen und der Regierung abweichen? Wie gehen wir mit denen um? Und ich finde eben, und das kann man einfach bemerken, dass sich dieses Land dahingehend verändert hat, dass wir die Streitkultur verloren haben. Wir streiten ja gerade. Ja, wir jetzt. Aber wir sind ja gerade im Fernsehen. Wir. Ökonomische Macht zieht immer politische Macht auf sich. Und jemand, der der zweitreichste Mensch der Welt ist, hat enorm viel Macht. Und seine Privatstiftung, die Bill & Melinda Gates Foundation, ist die reichste Privatstiftung der Welt. Der hat mehr Macht als wir beide. Und das heißt, das sind Interessen. Aber ich finde das okay, wenn jemand mehr macht hat. Ja, geh, du bist ja naiv. Du bist ja auch naiv. Und ohne sein Investment bei der WHO hätten die Probleme. Du hast jetzt schon so oft gesagt, du bist ja naiv. Du bist ja naiv. Ja, bist du ja auch. Du könntest auch sagen, du bist ja schwarz. Du bist ja schwarz. Also so fühlt sich das fast jetzt schon an. Das Interview, das Gespräch ist schon ganz schön krass. Nein, ich habe manchmal bei dir einfach das Gefühl, irgendwie, wenn ich dich anhe, du bist nur der dumme Moslem. Hör ich die ganze Zeit raus. Was? Der dumme Araber. Die ganze Zeit. Der dumme Araber. Was? Also wie kommst du aus so was? Was macht so ein komischer Kameltreiber wie du hier? Das höre ich die ganze Zeit raus. Das ist natürlich Quatsch, okay? Aber du hörst raus, du bist die dumme Schwarze. Sag mal, hast du nicht alles? Hast du schon? Du denkst, ja, wenn einer viel Geld hat und viel Macht hat, ja, wenn das in den richtigen Händen ist. Weißt du, jemand, der ein solches... Ich hab den jetzt nicht per se in eine Schublade. Aber ich, okay, ist ja überall dabei. Er hat ja überall Aktienanteile. Und wenn er das dann auch sagt, Mo, wenn er auch noch sagt, das war mein bestes Investment, dann hört sich das vollkommen anders an wie, ich möchte die Menschheit retten. Bill Gates ist nicht der Philanthrop, aber der hat so viel Geld, dass du sogar bei Netflix eine Säge produzieren lassen kannst über ihn. Wenn ich das Geld hätte, würde ich das nicht machen, aber ich könnte das dann machen. Und dann hättest du ein vollkommen anderes Image über mich. Dann wäre ich nämlich der tollste Typ, weil ich würde einfach das finanzieren lassen, wenn ich diese Multimilliarden habe. Und wenn du die hättest, was würdest du damit machen? Ich würde sie verschenken. Ehrlich? Ja. Hättest du gerne Geld? Ich hab Geld. Ja. Ja, sicher. Ich zeig. Ich hab Geld. Her mit den 50er. Ja. Ich wollte dich nur testen. Was denkst du jetzt? Dass man mit dir nicht über das Richtige reden kann. Doch, machen wir ja alles. Nein, kann man nicht. Dir fehlt der Grips dazu. Das ist traurig. Mir fehlt der Grips dazu? Absolut. Du weißt das, was an Wikipedia steht. Ist doch Quatsch. Bin ich aber ein bisschen geknickt, wenn ich gar nichts weiß. Ist es so? Ich bin nicht der nette Typ von nebenan. Okay? Du machst alles richtig. Das hast du gesagt. Okay? Ich würde dich um Freundes bitten. Ich glaube, aber... Ich möchte dich um Freundes bitten. Umgedreht jetzt du wahrscheinlich nicht. Ich würde dich um Freundes bitten. Ganz ähnlich. Stell dir bitte nicht solche dummen Fragen, weil ich bin nicht so dumm, dass ich darauf antworte. Du machst alles richtig. Das war doch nur eine Frage. Aber weißt du, die Zeiten sind zu ernst, dass wir uns mit solch einem Geplänkel aufhalten können. Weil es steht nämlich eine Menge auf dem Spiel. Und das scheinst du offensichtlich überhaupt nicht zu verstehen. Meinst du? Ja, das meine ich. Du denkst, die Regierung macht alles richtig. Du bist für Zensur, wenn die Regierung das empfiehlt. Bist du bescheuert? Ich bin nicht für Zensur. Aber du solltest darauf hören, wenn du mit kritischen Menschen sprichst, was die denn eigentlich zu sagen haben. Oder was die eigentlich aufmerksam machen wollen. Dass wir uns in einer Zeit befinden, in der es einen sehr starken Demokratieabbau gibt. Und die betrifft nicht nur dich. Ich wollte nie in die Politik gehen oder einen politischen Beruf ergreifen. Ich habe angefangen, in den Musikjournalismus zu gehen und bin Musikjournalist. Das habe ich bis 20 Jahre lang unbehelligt getan. Wie kommt man von da auf eine Querdenkenbühne? Dazwischen liegen 25 Jahre. Ich meine, wenn du jetzt so als kritisch eingestuft wirst. Bin ich für mich selbst. Bin ich kritisch. Ja, aber wenn du so als kritisch eingestuft wirst, dann kannst du ja nicht das bezwecken, was du eigentlich willst. Weil ich meine, dann wirst du ja irgendwie hinten angestellt. Und wie kommt dann deine Meinung, wie kommt das dann nach vorne? Weißt du denn eigentlich, was ich will? Naja, du sagst ja Dinge. Du sagst auch Dinge? Ja. Und was willst du? Na, das, was ich sage. Und das, was ich will, sage ich auch. Ja, aber es kommt eben nicht an. Also es kommt schon an. Ja, bei mir jetzt gerade im Moment. Ja, du bist ja nicht die Bevölkerung. Nee, wer bin ich denn? Du bist eine Person der Bevölkerung. Aber es gibt ja noch 18 Millionen andere. Und das Feedback, was ich auf der Straße habe, du kannst mich mehr begleiten, Österreich, Schweiz, Deutschland, ist zu 90 Prozent positiv. Und zwar alle Bildungsschichten. Wenn ich jetzt so neben dir sitze und mir das anhöre, was du sagst, ich glaube, ich würde der Regierung in dem Moment mehr vertrauen. Darfst du ja. Okay. Ja. Also, ganz ehrlich. Ja, du darfst dir der Regierung mehr vertrauen. Und ich darf der Regierung weniger vertrauen. Wo ist das Problem? Dass wir nicht alleine sind auf dieser Welt. Richtig, das sind wir nie. Und das ist natürlich eben durch so ein Virus und eine Verbreitung eben dazu führen kann, dass, ja, keine Ahnung, Menschen sterben. Menschen sterben in jedem Fall. Alle fünf Sekunden verhungert dein Kind. Was unternimmst du dagegen? Ich spende manchmal Geld, ja. Hilft das? Ein bisschen. Aber das nimmst du doch einfach hin, oder nicht? Das nehme ich nicht hin, nee. Ja, aber das ist eben so. Okay. Und auf einmal muss ich mich für jeden Menschen, der sich theoretisch anstecken kann, interessieren, weil sonst bin ich unsolidarisch. Genau deshalb gibt es halt quasi so ein Gesetz obendrüber. Da müssen viele etwas machen, was vielleicht nicht immer notwendig ist. Aber nur dadurch kann man das, ja, kann man das Schlimme verhindern. Also anders kann man es eben nicht machen, weil man kann ja nicht jeden Menschen, der jetzt gerade von A nach B läuft, beobachten. Das stimmt. Ken Jebsen heißt eigentlich Kayvan Suvisyavash und hat auch Migrationsgeschichte. Sein Vater war Iraner. Menschen sind schon putzig. Kein Rätsel. An den Rand gedrängt zu werden, das war sein Alltag für lange Zeit. Ähnlich erleben ihr Dasein auch Querdenker. Nicht ernst genommen, abgestempelt und abgehakt. Die Bewegung kommt mir vor wie ein Sammellager der Haltlosen. Seine Argumentationsgewitter haben mich mundtot gemacht. Ich brauche den Moment des Schweigens, um Kraft zu sammeln, um meine Offenheit und meine Werte zu stabilisieren. Seit ich denken kann, habe ich nie dazugehört. Ich bin seit ich denken kann Beobachter. Mir wurde immer signalisiert, vielleicht schafft er es ja noch, der ist ja minder begabt als Ausländer, aber über den können wir auch reden, während er daneben steht, der ist eh zu blöd. Weil ich kann eins von mir behaupten, ich habe noch nie irgendetwas geschenkt bekommen. Noch nie. Das, was ich erreicht habe, habe ich erreicht durch meine eigene Arbeit. Ich habe die ganzen Dreckjobs gemacht. Ich habe in diesem Land aus Mülltonnen gegessen. Weil ich bin ja als Sozialhilfemänner großgeworden, aus der mehrköpfigen iranischen Familie, wo der Vater die Kurve abgehauen ist, um es der Mutter zu geben. Weil dieses immer abgelehnt werden, also ich kenne das selbst auch mit der Hautfarbe und so, das kann einen schon in extreme Richtungen schieben. Ich betrachte die untergehende Titanik ja von einem eigenen Boot aus. Mir ist das wurscht. Ich bin ja nicht darauf angewiesen, dass mich Leute gut finden. Ich finde mich selbst gut. Und fünf Freunde, die ich habe, das reicht mir vollkommen. Mich kann man eigentlich, wenn man mich näher kennen wird, eigentlich gar nicht nicht mögen. Damit hat man dann ein Problem, wenn man gelernt hat, ich bin ein Arschloch. Okay? Aber ich frage mich eben heute, jetzt ist kein Vergleich, wie würden wir heute eigentlich Jesus Christus erkennen, wenn der auftauchen würde? Ging Ihnen das überhaupt? Das wäre auf jeden Fall ein Verschwörungstheoretiker, der sich was anmaßt. Der hätte keine Chance. Genau wie bei den Römern. Und möchtest du das pauschal sagen, alle, die mir zuhören und mit dir rüber sind, sind alle geistig behindert, alle schwubbeln, alle blöd? Das ist ja ein sehr interessantes Menschenbild. Das habe ich nicht gesagt. Eben, und ich sage es auch nicht. Die Menschen sollen entscheiden, wem sie zuhören. Und ich werde mit KFM, ich habe mit KFM aufgehört, ich lasse das los. So, und dann werdet ihr eine andere Sau durchs Dorf treiben, meinetwegen Reitschuster. Ihr werdet schon jemanden finden, den über das Dorf. Aber was nützt es den Leuten, wenn die ganzen kritischen Geister das Land verlassen? Okay? Weil Balvik haben sie genauso attackiert, Bakhti haben sie genauso attackiert. Ihr werdet Deutschland auch verlassen. Das sind alles Sonderlinge. Wo wäre Deutschland eigentlich ohne Sonderlinge? Ich höre mir an, was Dieter Hüsch zu sagen hat, was Matthias Belz zu sagen hat. Das ist das, was ich tue. Okay? Ich bin einfach klug. Verantwortlich. Ich höre mir das den ganzen Tag. Machst du das den ganzen Tag? Ja, das mache ich den ganzen Tag. Vielleicht machst du den Leuten damit Angst. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass manche Leute, bei denen Erzählungen so drastisch, wie du viele Dinge schilderst, mit der Demokratie und dem Untergang und so, da machst du den Leuten mit Angst. Und vielleicht sind das dann die Leute, die hinter dir herlaufen, weil sie denken, okay, der läuft hinter mir her. Der kann mir helfen, der hat einen Follower. Ich verteidige das, wo ich lange Zeit nutzlich da war. Und jetzt ist die Stunde der Bewährung. Und da musst du dir die Frage stellen, wo bist du? Du bist ja wenigstens hier, ist cool, okay? Ist wunderbar. Wenn Leute die Käfigtür von innen zuhalten, na dann willkommen. Um wie weit sie gehen, wissen wir schon. Aber ich erlebe das bestimmt nicht. Ich bin ja hier in der Freiheit. Ich muss nicht an die Öffentlichkeit treten. Das ist wahrscheinlich das letzte Interview.